Ja Leute, was geht? DalliGaming hier und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Willkommen zu dem ganz schnellen Video, denn dieses Video geht nur 1 Minute 18 und das ist von dem lieben Mason. What the fuck? Ich bin echt gespannt und ich kann das Ganze jetzt nicht abends aufnehmen, weil abends ich einfach komplett ohne Laune bin und einfach, ja wie soll ich sagen, gelangweilt mich fühle. Deswegen Leute, mache ich das Ganze jetzt ja morgen um 11.37 Uhr, um 12 Uhr muss ich arbeiten, 10 Minuten Weg habe ich ca. Also fangen wir einfach mal an, nicht lange reden, let's go. Bro, dieses Video ist vor einem Tag entstanden, Dalli vergewaltigt sie. Ich bin gespannt, er hat gesagt, das ist so ähnlich wie YouTube-Kacke. 451 Aufrufe hat das gute Stück, wir klicken einfach mal drauf. Natürlich ist auch Mason in der Videobeschreibung verlinkt. 74 Likes, 5 Dislikes und die Kommentare sehen wie folgt aus. Interessiert mich gerade nicht, weil ich muss mich erstmal auf das Video konzentrieren. Das muss man gesehen haben. DalliGaming, ich bin verlinkt, sehr gut Bro und es sind ja auch schon reichlich Kommentare. Also würde ich einfach mal sagen Leute, 3, 2, 1, let's go. Und, ja genau, nein, zurück. So, volle Lautstärke. Scheiße Obstflieger. So, 3, 2, 1, let's go. Ja, ja, was geht, willkommen zu meinen Kindern auf mein Video. Viele verstehen immer noch nicht meine Lage, die ich zur Zeit bestreite. Ich habe zur Zeit Ferien in der Schule, das bedeutet, dass ich zu Hause rumschille. Ich mache zur Zeit eine Ausbildung als Vorgehörer, das bedeutet, dass ich wirklich 8 Stunden rumschille. Das ist wirklich körperliche Arbeit. In der Tat? Ich wasche Insekten. Leute, das Ganze fängt an, indem ich mit so einem Sprühding auf jeden Fall die Insekten so einsprühe. Das ist richtige Arbeit. Dann mit dem Schwamm auf jeden Fall die ganzen Insekten hinten auf jeden Fall überall dran. Geh auch unten rum am Puff, das geht voll in den Puff. Dann kommen die Insekten ran. Diese Bewegung... Ich habe nicht... Am Puff, wenn eine Insekten fertig ist, ich habe nicht... Ich habe nicht... Am Puff, 5-7 Minuten, dann ist das Puff weg. Es geht weiter. Die ganzen Insekten kommen da drauf und dann muss man die halt wegmachen. Insektenreiniger oder Insektenreiniger oder 8 Stunden lang. Ich habe nicht Druck. Passiert oft, wenn schlechtes Wetter ist. Genug Druck. Genug Wetter. Genug Wetter. Genug Wetter. Ciao. Leute, sorry, dass ich so laut gelacht habe, aber ich kann nicht mehr, ey. Ohne Witz. Das waren die geilsten 1 Minute und 17 Sekunden, die ich je gesehen habe. Ich muss das nochmal sehen. Ja, 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 was geht, willkommen zu meinen Kindern auf mein Video. Viele verstehen immer noch nicht meine Lage, die ich zurzeit bestreite. Ich habe zurzeit Ferien in der Schule, das bedeutet, dass ich zu Hause rumschille. Ich mache zurzeit eine Ausbildung, das bedeutet, dass ich wirklich 8 Stunden rumschille. Das ist wirklich körperliche Arbeit. In der Tat. Ich wasche Sekten. Leute, das Ganze fängt an, indem ich mit so einem Sprühding auf jeden Fall Insekten. So ein Sprüh, das ist richtige Arbeit. Dann mit dem Schwamm auf jeden Fall die ganzen Insekten hinten auf jeden Fall überall dran gehen. Auch unten rum. Das geht voll in den Ruf. Dann kommen die Insekten ran. Diese Bewegung. Ich habe Druck. 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 Es geht weiter. Die ganzen Insekten kommt da drauf und da muss man die halt weg machen. Insektenreiniger oder Insektenreiniger, acht Stunden lang. Das ist so passiert oft, wenn schlechtes Wetter ist. Genug Druck. Genug Wetter. Genug Wetter. Genug Drucks. Druck. Schau. Leute, ohne Witz, ey, ich würde da sämtliche über 1000 Likes geben, wenn ich könnte. Das war also irgendwie das geilste Video, was ich das ganze Jahr bisher gesehen habe. Ohne Witz, kein Video hat mich bisher jetzt so unterhalten wie das. Ey, Mason, wir haben deine Bestimmung gefunden. Das ist das geilste Video, was ich hier gesehen habe. Ja, in diesem Jahr. Ich weiß nicht, was ich davor noch alles gesehen habe, aber ich kann nicht mehr, ey. Ohne Witz, ey, die Kommentare, ey. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, das ist richtig geil gewesen. Ich weiß nicht, also er hat das so perfekt hinbekommen, ja. Ey, das war so geil, ey, ohne Witz. Wir haben deine Bestimmung gefunden, Mason. Du bist jetzt unser Minecraft-Youtube-Kacken-Youtuber-Bestes-Video. Danke, Bro. Ich liebe dich dafür. Hashtag no homo. Ohne Witz, Leute. Leute, geht auf seinen Kanal und like das Video zu Tode. Like das Video zu Tode. Ohne Witz, ich habe dafür keine Worte mehr, wie krass geil er das einfach geschnitten hat. Oh Gott, ich habe nur noch 17 Minuten. Ich muss zur Arbeit, Leute. Ich bin sowas von glücklich, dass ich das jetzt noch heute Morgen gesehen habe, weil ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich das abends angeguckt hätte. Vielleicht wäre ich dann nicht so happy drauf gewesen. Aber ich weiß gar nicht, wie ich labere hier gerade nur noch Stoß. Auf jeden Fall hammergeiles Video, Mann. Ey, dass ich nur zu Hause rumschille, das ist so geil geschnitten, Mann. Bro, einfach ein großes Danke an dich, das ist... Ich fühle mich echt geehrt, in so einem YouTube-Kack-Video zerschnitten zu werden, das ist... Ich weiß nicht. Danke. Haut rein.